gut gut hier hinten, oh das sind die mit den fabriken ich glaube das könnte jetzt ein problem werden auch da würde ich mich gerne so langsam ran tasten das ist schon wieder irgendwas wo es nicht mehr passt, ich habe da mal eine idee ach so da ist auch noch ein tunnel da müsste man den ganzen tunnel dann irgendwie umstellen, ich könnte mir vorstellen dass vielleicht auch hier das diagonale gleis ein problem sein könnte tja hier steht jetzt die fabrik im weg ich mache mal kurz was anderes es gibt doch für diese mods diskussionsforum multi-track bridges bei das matze invisible bridge unwanted behavior schau den da los okay ach so das problem ist dass die man es von verschiedenen seiten gut das wird aber sowieso nicht passen weil wir haben ja gesehen dass hier der abstand ist ja irgendwie 3 überlegen akzeptiert das kohle kann da nichts bauen ist bestimmt jetzt der tunnel na super den tunnel jetzt umzubauen wo kommt denn der überhaupt her von da oder habe ich eigentlich nicht wirklich viel platz na gut hier könnte man den durchführen lassen lassen wenn ich jetzt sage hier kann da nicht bauen weil da ging es doch gerade ach so war es jetzt nicht gemeint gewesen ich da vorbei nee da komme ich ja gar nicht ich habe ich das schon wieder habe ich doch dort aber angeklickt ich will doch bloß diesen blöden tunnel hier bauen alter so nächster versuch erstmal speichern die leute beschweren sich schon dass der passagierverkehr hier zum erliegen kommt so wollte ich das haben ist natürlich toll oder nochmal geht das mit dem trick ja so lassen wir das den tunnel dann auch mal leer werden mal schnell mal schnell dass hier nichts verloren geht mal schnell dass hier nichts verloren geht na gut hier staut sich wieder so viel an ich glaube da ist es kein verlust mal ein haus wegreißen oder wir stellen das dann dort dort drüben hin so gut das wäre jetzt weg hier okay Das kann eigentlich so bleiben. So, jetzt natürlich die Frage, ob das Bahngleis kommt hier. Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kann man wenigstens ein Stück weiter. So, nee, okay. Also, da habt ihr mir ja ganz schön was eingebrockt. Nee, warte mal, das ist das doch gar nicht. Es geht doch um das hier. Erstmal schnell abgerissen. Ob es vermisst wird, wird sich zeigen. Gut, jetzt komme ich zumindest hier ein Stück weiter. So, jetzt haben wir noch das Diagonale hier. So, jetzt ist irgendwas gebaut. Das ließe sich entfernen, indem ich einfach... Aber das ist dann wieder so eine potenzielle Staustelle, glaube ich, ne? Wenn ich das einfach wieder hier so... ...wie es ja schon mal war. Wobei wir machen das jetzt einfach so. Na gut, ob es die Signale hier... Da müssen wir mal gucken, ob das hier in dem Chaos endet, die Konstruktion, oder ob das irgendwie passt. Ich könnte mir vorstellen, wenn... Obwohl hier sind nur noch zwei Züge, das heißt hier ein Stau auf der Linie, kann es eigentlich nicht wirklich geben. Achso, jetzt habe ich natürlich noch den Zug hier. Oh, vielleicht habe ich ja Glück. Was fährt hier für einer? Ach guck, da fährt gar nichts mehr. Wilhausen Anbau ist leer. Ach, das war, glaube ich, der allererste Zug gewesen, ne? Na gut, da kann ich das auch abreißen, wenn ja nichts mehr fährt. Oder hänge ich mir das auf, falls ich eisend... Na gut, eisend ist das eher ausgelastet. Nö, da ist nichts mehr. Dann muss Mühlhausen Anbau jetzt auch mal wirklich dran glauben. Und schon ist das hier mit dieser Einfädelung ja gar kein Problem mehr. Oh, hä? Achso, das ist das für die, die drunter fahren. Da kann ich das ja auch wegreißen. Da kann ich eigentlich diesen Huckel hier auch wegmachen, dass die hier wieder geradeaus fahren können. Ich setze die abgerissenen Signale mal schnell händisch. So, und jetzt müsste das doch eigentlich hier mit dem letzten Stück passen. Ja. Sehr schön. Gut, jetzt können wir ja wieder auf allen... Streckenabschnitten, den Betrieb aufnehmen. Hier unten passt das da schon genau. Oh, das sieht ja so ein Verkehrschaos. So. Ach, hier gucken wir mal, der ist nach Ravenstein. Den könnte man dann gleich mal... Hä? 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 ...